Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sirius Sam, The First Encounter. Wir sind hier in dem geheimen Level. Das wir ja letztes mal gefunden haben, dass es nur in der HD-Version gibt, also nicht in der normalen eigentlich. Ja, den haben wir nicht getötet. Ich steppe da einfach. Sollte vielleicht nicht so viel mit der Schrubfhutte schießen, sondern ein bisschen mehr mit der Tommy-Gang. Da kann man auch noch Harpien. So. Ey, ich mach einfach jetzt alles mit der Schrubfhutte. Bam. Bam. Gut, vielleicht auch nicht alles. Bam. Okay, ich dachte kurz, dass die roten Gedärme hier während Herzlustrum für da unten versteckt werden. Im Abgrund. Ich dachte schon, jetzt kommen Gegner. Und ich hatte einen Raketenwerfer. Ja, nicht die beste Waffe. Final Distanz. Ja, Mann, hier ist euch alles abgekommen. Weg, weg. So, die Bälle von dem Typen kann man natürlich aus der Luft schießen. Weg, weg, weg. So, der ist auch tot. Ja, gehen wir mal weiter. So. Die Bucke ist weg. So. Ich will mit der Schrubfhutte alle wegballern. Oh, das war knapp. Er hat uns fast getroffen. Naja, so. Sind jetzt alle weg. Da ist noch eine Tommy Gun. So. Länger, wenigstens kriegen wir ja Munition. Und was ist noch mal wieder? Ach, hapjen. Mach hapjen, ey. So. Schön alle abschießen. So. Bam, 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 bam. So, war's dann. Ne, da ist noch einer. So. Also, hier scheint nichts zu sein. Ich will da jetzt auch nicht zu nah an die Kante gehen, weil ich sonst hundertprozentig runterfallen würde. Ich hasse das immer noch. Das ist einfach da zu sporen. Oh, Gott. Frösche. So. So. Die Tommy Gun haben wir ja, aber nicht umsonst gekriegt. Bam. So. Da ist noch einer. Bam. Kitto. Ja, und jetzt müssen wir da rüberspringen, weil man sieht ja schon, dass da was ist. Hu! Ähm. Äh. Ja, gut. Alles auf Anfang. Ich scheitere nicht an den Kindern, sondern daran, dass ich springen muss. Hier habe ich letztes Mal ja unnötig viel abbekommen. Eigentlich. Obwohl... Eigentlich habe ich sehr gut genutzt. Er hat jetzt einfach alles mit der Tommy abgemacht. Bam, 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 bam. Außer den Clear vielleicht. So. Ich wollte den verletzten jetzt eigentlich mit der normalen Schritt von Tallinn, also der einläufigen, aber der Clear hat den umgebracht. Nee, ich hätte mich nie daran gewöhnt, dass das einfach so volle mehr auf der Brücke ist. Ja genau, und ihr habt den Spot mehr quasi hinter mir. Die würde ich gleich schamkriegen. Nee, hier war das, wo wir unnötig viel Scham bekommen haben. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Das müsste reichen. Ja, reicht. Sehr gut. Ja, diesmal hat mich das nicht zu sehr überrascht. Ah, Clear ist Schrotzfunkenzeit. Bam, bam, bam. Der ist nicht gestorben. Bam. 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 So. Ah. Ha. Ha. Perfekt. Kein Schaden bekommen, glaube ich. So, jetzt kriegen wir wieder Munition. So. Und gleich kommen die Harpien. Bam. 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 So. Ich hätte gern mal die Minigun, wenn ich ehrlich bin. Bam. Bam. Und weg damit. Da ist der Wasserfall. Da ist der Wasserfall. Wie gesagt, kurz, der wird grad hier. Da ist noch jemand. Bam. Beziehungsweise, nicht jemand, sondern eine Harpier. Ja. Jemand zu einer weiblichen Harpier zu sagen, hört sich hier ungefähr nicht so gut an. Aber mir fällt auch nichts anders an, was man sagen könnte. Es ist ein Schaden fällt mir nicht in die Nachricht. Das geht nicht. Normalerweise. Wie ist das denn hier? Das ist mal am Pfeffzug. Und wir haben das, was uns nicht falsch gemacht hat, ja. diesen Teil nochmal spielen. Ich hab's wieder nicht geschafft. Egal, jetzt spawn ich, wenn ich's hier und muss nicht alles normal machen. Ich check's nicht. Was ist da los? Notiz, in diesen Let's Play drei Tore, alle drei durch runterfallen. So. Ah, Gott. Ich glaub, das ist nicht die richtige Weise, wie man herkommen soll. Hab so ein bisschen das Gefühl. Ja, wo kommt man denn hier lang? Okay. Weg, weg. So. Ich glaub, das ist schon richtig. Gott. Nein. Ich wollte da wieder rein. Da war noch ein Areal, wo ich nicht war. Nein, egal, ein Geheimnis wird ein Geheimnis. Alter, weg, weg mit dir. Alter, ich sterb gleich wieder. Okay, 37 Leben, easy alles. Easy peasy. Lamping, easy. Lamping, easy. Was ist der? So, kein Leben verlieren. Ist wichtig. Noch mehr HP. Ich kann mich hier nicht von bewegen, weil ich sonst nach vorne fallen würde. Ab. Keine Raketen. Nicht Raketen. Keine Schüsse mehr für die Tomigan. So. Keine Patronen mehr, wollte ich eigentlich sagen. Aber hier sind ja wieder welche. Ach komm. Okay. So, Raketen. Stromflinten. Energie. Brauche ich alles eigentlich gar. Ja, warum brauchst du zu viel Munition? Für Stromflinte habe ich mal für den Raketen, ich will für die Tomigan. Was ist das denn schon wieder? Was? Man teleportiert mich wieder nach da. Was ist denn für eine Wand vorbeigekommen? Boah, bin ich der Meister. Ach so, das ist das, wo wir hergekommen sind. Man soll hier eigentlich nicht zurück mitkommen. Glaube ich jetzt mal. So. Mal gucken wir mal, was der richtige Weg gewesen wäre. Warte, ich sehe schon mal. Braben. 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 Ich sollte jetzt mit meinem Leben aufpassen. Ja, 24 Leben ist doch noch locker, alles easy. Ich will nicht schon wieder sterben. Da fällt mir ein, es ist eine gute Idee, hier mal zu speichern. Man kann ja auch noch irgendwie schnell speichern. Ich muss mir das mal für die nächste Aufnahme angucken. Normalerweise benutze ich das nie. So. Nochmal zur Sicherheit gespeichert. So. Ich glaube, bei diesem Geheimgang kommt man eigentlich von hier. Ja doch. Mal gucken, mal gucken, mal gucken von hier. So. Man geht eigentlich rüber und springt von da hier rüber. Ja gut. Wir hätten das eigentlich beim Wasserfallern das gar nicht antun müssen. Dann gehen wir mal zurück. Ich wollte halt nur wissen, was hier ist. So schlimm war es nicht. Wir haben jetzt 100 Rüstungen, 74 Leben. Diese wunderschöne Wasserfall von innen, die können wir auch betrachten. Jetzt mal in den Teleport rein. Kommt hier nämlich, kommt hier doch vorbei. Man sollte aber glaube ich eigentlich gar nicht vorbeikommen, wenn man da hingeht. Teleportiert er ja nämlich nach außen. Nicht ganz super gemacht. Aber naja. Ich hole mir noch die Energie hier auf dem Äußeren und dann gehe ich einen runter. So. 99 Leben. Und runter. Mal gucken, was es hier gibt. Marketmunition habe ich voll. Da hinten sind noch ein paar Sachen. So, gehen wir aus dem Weg hier. So. Okay, das hat mich getroffen. Mal mit das. So. Nein, jetzt haben die mir schon wieder Schaden gemacht. 20 Rüstungen weg, 10 Leben weg. Mein Gott. Wie schwer kann das denn nicht sein? Ähm, okay. So. Kommt mal für Gegner runter, wenn man da hinten will. Kein Problem. Die kamen auch, als ich diese Plus Eins Rüstung eingesammt habe. Hätte ich alles andere eingesammt und hätte ich diese Plus Eins Rüstung lügen lassen, wette ich, da werden keine Gegner bekommen. Ist halt bei Serious 7 normal so. Und ich frag mich, was da im Loch ist. Bestimmt einfach nur gar nichts. Nein, egal. Ich will es nicht wirklich ausprobieren. Ah. Ja gut. Wenn man hier eine geheime Höhle findet. Ah, jawohl. Das kann ich selbst gerade noch gar nicht. Ich wollte nur an die Seite das Loch stellen, dann die Verabschiedung machen und dann reinspringen, weil ich glaub, das geht zum nächsten Level. Aber gut, wenn hier eine geheime Höhle ist. Na dann, ich glaub, hier geht es zum nächsten Level. Wir sehen uns. im nächsten Part von Serious Sam. Huta. Ah ne, das ist nichts Geheimes. Das ist jetzt der eigentliche Weg vom anderen Level. Glaube ich. Oder? Ja egal, es geht noch weiter. Dann doch nicht verabschieden. Ich bin mir selbst nicht mehr sicher. Weil es ist schon ein bisschen her, als ich Fast Encounter gespielt habe. Ne, es geht natürlich noch weiter. Na dann, äh, schneide ich die Verabschiedung beim Besten raus. Ist ja nichts mehr, anscheinendlich. So, dann sammle ich mal die Munition ein. Rüstung hab ich voll. Mann, ich hab immer Angst, dass ich hier runterfalle. so ein großer Gegner habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber der ist easy. Na gut, der es ja auch in Weltstate hat, wusste ich jetzt auch nicht. Aber, ich hab den besiegt, ohne Schaden zu nehmen. Ah, abhören, abhören. So, eine nach der anderen. Schön mit der Tommigam wegmachen. So, ich glaub, das wär jetzt überstanden, zumindest. So, bei Namen. Oh Gott, nicht der Buller. Ja, auf dem Bullen, auf dem Bullen. So. So. So, die ganzen scheiß Haar gehen weg. Jetzt noch einer. Sonst sieht nicht aus, es sieht nicht so aus, als ob es hier sonst noch was gibt. So. Jetzt ist aber, glaub ich, vorbei. Ja doch, jetzt ist es vorbei. Ja dann bedanke ich mich halt jetzt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es mit dem richtigen Level weitergeht. Tschüss.